Ich sitze in der Klemme und mir wirkt die Munition aus. Ich bin in Unteröben, in Neuen, nahe der Station. Herzlich Willkommen und zurück zu ODST Halo, zusammen mit Defox hier und Choc White. Wenn ihr die aktuellen Folgen schon gesehen habt, dann wisst ihr, wir sind unsere neue Mombasa, wir suchen die Menschheit. Ja, zu retten. Ja, und suchen jetzt eine Kameradin von uns, die wir am Anfang des Spiels irgendwo mal verloren haben. Und die braucht jetzt Hilfe. Wenn ihr das alles gesehen habt, wisst ihr ja sowieso schon über alles Bescheid. Defox spielt und ja, dann zeigen wir euch mal, was man hier so schönes alles machen kann. Also festgehalten, wenn ihr gerade nicht, das ist doch, mach einfach. Ach, keine Ahnung. Muss man nicht verstehen. Ah, mach doch oben. Alles oben. Jetzt habe ich wieder meinen Namen gesagt. Ich darf doch mal drauf machen. Mal an, dann fangen wir mal neu an. Dirk. Dirk. Ich bin gerade trotzdem gut gelaufen. Der hat's ja bei Machau. Atem! der Wettbewerb oder Wettbewerb Atem und Atem spüren Herbenspüren die Strecke Oh, welche Waffe nehm ich denn? Anstrengend! Oh Gott! Ja! Abwaschen! Nein! Abwaschen! Nein! Danke, Soldat! Das war verdammt knapp! Ich wollte zu meinem Team auf die nächste Ebene! Aber hier ist einfach kein Durchkommen! Ja! Ha! Sie haben wohl das richtige Händchen! Ähm... Wenn man die Nebenmissionen macht bei Halo ODST dann kriegt man immer kleine, ja... Erinnerungsstücken, Aufnahmen ähm... sich halt in einer... ja... als ein Datenträger widerspiegeln, wo man halt Text erfährt Ähm... Ja... Ach... Mit Endwunternahe! Ich kann überhaupt nicht sehen! Oho! Scheiße! Die Bagger haben alle erledigt! 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 Oh! Das ist ein Ding! Ja! Und der Mensch kommt da! Die Bagger haben alle erledigt! 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 Oh! Oh! Ist das klar, aber ich will gar nicht mehr Er ist ein normaler Mensch, denn so rein Sind die Alienhörner? Er ist ja auch ein normaler Mensch Nein Wir haben aber so eine Spezial-Ausbildung Er hat nur einen Traum Hei, ich hab's geschämt Hei Muss doch mal sein Er auch, hat mit der Shotgun noch mal reingeschossen Er ist ja nicht als ein Du, du bist endlich Geh, geh Es ist doch nicht vorbei Eine Schramme Du, 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 du Du, 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 du Hat er gar nicht gleich die? Ja Willkommen, Zugriff gewährt Autofahrer Ursprung Achtung 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 Achtung